Jukka! Oh, kein Platz. Jukka, ich komme gleich wieder. Wie dreht man das? Ich will nicht, dass das so kreuz und quer ist, aber ich glaube, man hat gar keine andere Wahl. Oh, nicht mit R, wie bei Forrest gleich? Nein. B, A, S, D, nein. Eiltasten? Nein. Okay. So. Was? Was? Wo denn? Was denn? Wer denn? Ich sehe kein einziges. Liegst du über meinem Kopf? Das wäre sehr frech. So. Nee. Quick Build. Wood Foundation. Geht noch. Ja, wir machen das erstmal bescheiden, ne? Da können wir ihn nachher noch ausbauen. C. Was? Bände? Was? Driftwood? Driftwood? Ich will kein Driftwood eigentlich. Aber scheinbar haben wir für was anderes nicht genug Stecker. Jau. Das ist das Problem. Ah ja, Joka. 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 Wunderbar. Die kann nachwachsen. Die wächst noch nach. Oh ne. Oh. Tschui. Wunderbar. Hier. Ich glaube, wir haben aber auch keinen Platz mehr. Oh nein. Ah, nix. Also langsam, ich würde hier sehr gerne noch weiter bauen, machen wir auch noch. Aber was auch cool wäre, wäre halt so ein Dach über dem Kopf, wenn die Sonne rauskommt. Nicht so quick, sondern so. Eine Wand mit Fenster. Woodwindow. Woodwindow. Huch. Nein. 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 Was macht er denn da? Das soll nicht da hin, das soll hin. Ah. Okay. Okay, aber das hier lassen wir offen, dann können wir hier noch weiter bauen. Dann kommt hier ein Window hin. Und zur Not können wir auch was einreißen. Hier kommt die Türe hin, würde ich sagen. Oh. Die Tür. Die Tür, die Tür. Die Tür, die Tür. Woodarsch. Woodarsch. Ja. Und. Wir haben nur noch zwei Stöcker. Ja. Ja. eine krokosnuss wäre noch toll im sprung da hinten ist noch eine insel, wo wir auch mal drüber setzen können theoretisch, aber ich würde gerne eine basis haben was denn, er hat dünnpfiff gekriegt von den kokonuts und jetzt, ja toll jetzt hat er dünnpfiff und wir verdursten bestimmt wieder scheiße aaaah herrlich dabei lief es so gut kann man von kokosnüssen durchfall kriegen damals, als wir noch jung waren und dieses spiel gespielt haben, war das hauptnahrungsmittel nummer eins kokosnüsse ähh ein alter ey das ist doch nicht wahr, so schnell die wollen mich doch verarschen vollgemein wir sterben schon wieder die einzige wasserquelle sind halt diese blöden kokosnüsse im moment ich keine ahnung habe wie man die wasser distille baut äh hallo kokosnüsse hallo ja wunderbar klappt genau so wie ich mir das gedacht habe äh hey nein ja 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 damit so jetzt gehen wir in den schatten machen das im schatten so am 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 schnell trink na immerhin aber das wird nicht reichen äh haben wir noch platz, ja da sind noch kokosnüsse da auch wir sterben wir sterben wir die basis bauen nein boah einfach ab schenken schenken da sind wir dem nicht der wieder die 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 Okay, es ist nicht das Schlauste, direkt an der Seite, wo die Kokosnuss ist, hochzuklettern. Danke auch. Hier ist noch eine Kokosnuss, nimm mal die. Und da ist auch eine. Ab in den Schaden. Das Blöde ist halt, ich muss trinken, aber dadurch kriegen wir halt wieder wahrscheinlich Durchfall. Und wieder Durchfall. Ja, und so schnell geht das dann dann runter. Toll. Ich glaube, ich bin ein Survival-Noob. I need to find water. Ja, wenn das so ist und wir eh verrecken werden, dann schau. Da hinten ist eine Insel. Da ist alles grüner. Huch. E-to-operate. Hat er gerade gefurzt? E-to-operate. Aha. Weil wir ein Land sind. Geh weg. Und uns. Das Wasser ziehen. Komm. Ja, brav. Ah, hier gibt's den Storage. Da ist was zu essen drin. Bandagen und Kompass. Das wusste ich nicht. Das ist nett. Was ist das? Oh, Moment. Äh, 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 wie ging das nochmal? E. Anker. Okay, es ist zu... Es ist nicht tief genug für einen Anker. Barrels. Die man nicht verpügeln kann. Und... Und... Was ist da tolles? So ein... Löschen. Und wir haben keinen Platz. Alles klar. Und hier unten wäre auch noch... ...ne Tür und was zum Abholen. Okay. Äh... Nicht abhauen. Ohne mich. So. Da kommen wir her. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen da. Mann, der fährt zigzeug. Das ist eine Cumulus Nimbus Volk. Oder nur eine Cumulus vor dem Körper sehen. Ich glaube, Nimbus ist mit Wasser Eis. Wir wollen das. Wir wollen nicht. Was ist denn das für ein dickes Ding da auf der Insel? Sieht aus wie ein Dinosaurier, ey. Was ist das, ein Fels? Ja, komm schon. So schwimmt er manchmal so komisch. Ja, hier an Landwirt. Hier sind ganz andere Bäume. Wir müssen es überleben. Komm, 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 komm. Hier gibt es Tannenbäume. Guck, 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 Guck. Okay, dann gehen wir in den Schatten. Es könnte sein, dass hier Schlangen sind, aber das ist mir auch gerade egal. Mal probieren das mit nur zwei. Okay. So, ein bisschen was. Erforsch mir die Insel. Warum ist hier so ein Fels? Komm, wir da hoch. Was nützt es, wenn wir hier oben sind? Schöne Aussicht. Gibt es hier etwas, was wir bei uns nicht haben? Das kann er auf einmal nicht mehr, oder? Aber da ist sowieso nichts drin. Eine Seegurke. Ey, was ist das denn? Wollen wir Freunde sein? Schweini! Schweini! Keine Freunde. Warte auf mich. Was bist du denn für niedliches Ding? Kann ich dich... Will den nicht umbringen. Bring es nicht übers Herz. Wenn du mich angreifst, bist du Bacon. Dann wäre ich die gleiche. Ähm. Ja, aber hier ist auch jetzt nicht so... Also, ein paar Kokosnüsse mit zurücknehmen. Was? Aha! Das könnten wir... Also, die Steine könnten wir abbauen, wenn wir was zum abbauen hätten. Aber nicht. Small Pine Tree. Ausprobieren. Oh nein! Unsere Messe ist kaputt. Okay, das gibt auch nur Sticks. Ja. Ne. Gib mir die Kokosnuss. Sofort. Hallo. Ist mal für so eine Sekunde da und dann haben wir da weg. So, dann würde ich sagen, packen wir noch... Haben wir nicht grad zwei Kokosnüsse reingesammelt? Ja. Okay. Nehmen wir die anderen Kokosnüsse noch mit. Und die können hier bleiben. Und ein paar Sticks vielleicht noch. Höher. Na. Donk. Ich bin mir immer nicht sicher, dass wir das überhaupt erleben. Okay, den einen Stein können wir wegwerfen, noch ein paar Sticks mitnehmen, können wir noch irgendwas dalassen? Eigentlich nicht. Die würde ich gern behalten. Okay, haben wir hier noch eine Jucca. Oder irgendwas, wo wir zwei von diesen Fibers mitnehmen können. Ja, da kann man wahrscheinlich acht von stacken, deshalb können wir noch eine Jucca sammeln. Oh, da ist unser Freund wieder. Hallo. Tut mir leid, dass wir dein Zuhause zerstören. Also, hier ist unser Freund. Wie ist das denn? Wirklich? 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 jetzt ist natürlich die frage welche insel war das die oder die ich habe die was so und wir brauchen natürlich einen platz für können wir in diesem backpack was unterbringen können wir zum beispiel die stöcke die brauchen wir halt alles und alles sogar die kokosnüsse die nicht genug platz um die in die hand zu nehmen oder was wieder fort eine kokosnuss ich kann die kokosnuss nicht mehr in die hand nehmen so so hm 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 ja so langsam fühlt sich das äh das ist doch nicht wahr ja nicht an aus ok ob das so eine gute idee ist jetzt da also die insel da war das ne glaub ich nicht 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 ja noch mal ach Mann alter willst du mich verarschen wie operatest du denn mann das tut wie nur über dreh dich dreh dich dreh dich dreh dich jetzt da lang die insel habe ich die insel verloren hoffen wir es war die insel wie ich sie will zieh dir die insel zu